Guten Morgen, ich habe mich entschieden. Oh, ich sehe das Licht. Wow. Überhaupt nicht. Ich habe mich entschieden, einmal versuchen, einen Vlog zu machen. Das heisst, ich probiere mich den ganzen Tag ein bisschen zu filmen. Merkt ihr, ich habe keine so einen, wie nennt man das, Selfie-Stick für die Kamera. Und darum sehe ich mich immer so unglaublich nahe. Also ich kann nichts verheimlichen. Nein, Quatsch. Aber ich probiere mich ein bisschen von weiter weg zu zeigen. Ja, ich hatte gerade morgens, ich weiss nicht, keine drei Tage. Ich habe überhaupt keine Lust auf nichts gehabt. Ich habe jetzt einfach ein bisschen Früchte gegessen. Ich gehe nachher noch auswärts. Es ist eh schon gar nicht mehr ein guter Morgen. Es ist halb 11 Uhr. Scheisse, meine Batterie killt sich schon. Ich habe angefangen, jetzt gerade, ich zeige Zoe, Apfel muss es machen. Es ist so schweinekalt draussen. Ich mache immer selber. Und ich habe gerade noch ein paar Aprikosen geschnitten. Das seht ihr hier, weil ich habe eine sehr Menge gekauft. Mal schauen, vielleicht gibt es Aprikosen-Gumfe oder irgendeine Weie oder was auch immer. Ich habe jetzt gerade das Öpfermus fertig gemacht. Ich zeige es euch gerade. Oh, sehr gut. Und ich probiere jetzt gerade etwas aus. Ich habe hier etwas Neues und zwar vom Lidl Dessert Grinder mit Vanille, Zimt und sonst irgendwelche Gewürze. Es gab noch eines, den habe ich gesehen. Ingwer, Nelke. Und das probieren wir jetzt gerade einmal aus. Ich das Öpfermus jetzt tun. Für alle, die noch nicht wissen, wie mein super einfacher Öpfermus funktioniert, kochen einfach Öpfel auf. Schmeissen es mit ein bisschen Wasser in eine Pfanne rein. Und ähm, hallo. Hallo. Und ähm, kochen es auf. Ganz einfach. Wer will, kann noch etwas Süssstoff dazu tun. Ich habe hier einfach einen von Migros. Ähm, was es auch gibt, sind die Flavetrops. Die haben einfach noch etwas Geschmack. Ich habe Vanille, Caramel und Schokolade. Ich brauche es aber nicht so viel. Ich finde mich gar nicht. Es sind ein bisschen unnatürlich. Ähm, ich versuche mich jetzt hier gerade... Oh, fuck. Ich habe das ganze Teil aufgeschraubt. Ich habe den Deckel abgeschraubt. Scheisse. Moment, ich muss ihn ablegen. Uh. Schrauben wir das wieder an. So. Darum sind alles schon... Oh, fuck. Es ist alles grosses Zeug in meinem Apfelmus in der Hand. Oh. Heilige. Ähm, es sieht aus, als wäre Erde in meinem Apfelmus drin. So sieht es eigentlich noch fein aus. Und es schmeckt fantastisch. Ähm, mal schauen, ob es auch im Mulle so gut ist. Und ähm, ich habe jetzt keinen Süssstoff dazu, weil die Apfel sind so süss gewesen. Achtung, verdammt heiss. Es schmeckt wie Weihnacht. Wir haben Mitte Juli und ich mache ähm, wie nächtliches Apfelmus. Wieso auch nicht. So, also ähm, wie ihr gesehen, ähm, es ist eigentlich nicht so üblich, dass ich am Morgen oder am 11. Hey, ich rede immer von morgen. Es ist schon 11. Ähm, noch zu Hause bin oder vor allem noch im Pyjama bin. Ähm, es ist aber so, ich habe heute Morgen keine Trainings. Auch ähm, am Nachmittag nicht wirklich. Also es fängt am halb bis fünf Uhr an. Ähm, es gibt so Tage. Also hoffentlich gibt es so Tage. Ähm, dann wird der Haushalt gemacht. Dann wird ähm, die ganze Büroarbeit gemacht. Einfach alles, was liegen geblieben ist die letzten paar Tage. Und ich will euch etwas zeigen. So traurig. Ich habe bei meinem Balkon so Melissen. Naja, jetzt ist sie da. Ich zeige es euch. Moment. Es ist etwas ganz, ganz Schreckliches passiert. Und zwar. Es hat so fest geregnet. Und jetzt schaut mal, wie das aussieht. Meine Stühle sind auf meine Balkonpflanzen der Kate. Ah, den kann ich auch gleich mitnehmen, oder? Ähm. Und ähm, jetzt sieht es aus wie ein Sau da. Ähm, wundert euch nicht. Der Balkon sieht auch aus wie vom letzten Jahrhundert. Ist aber so, dass wir im nächsten 1. September fangen es an, das zu renovieren. Und aus dem... Ah, ich... Hahaha. Ich könnte eigentlich auch mit euch reden. Haha. Ich fühle mir immer meine Füsse. Okay. Also, jedenfalls ähm, sie renovieren meinen Balkon. Und darum, äh, ja, er ist noch sehr alt. Und ja, aber ich freue mich auf meinen neuen Balkon. Aber darum sieht er jetzt noch ein bisschen messy aus. Ähm, und ich bin jetzt meine Melissen am drücken, weil sie es nicht überlebt hat in diesem Sturm. So. Also ähm, ich muss jetzt noch ein paar Mails beantworten. Und gehen wir nachher zum Mittagessen. So. Ich mache mich auf den Weg zum Mittag... Uuuuh, wieso fokussiert ihr mich? Ähm, und ich kann euch noch wieder den beste Vorteil zu zeigen am Personal Trainer sein. Uuuuh, ihr habt mich als ganzer Puff gesehen. Der grösste Vorteil ist, ihr könnt den ganzen Tag mit Trainerhosen umeinander laufen. Und es interessiert kein Schwein. Weil, ihr seid Personal Trainer. Sie haben alle Gefühle. Kommt vom Schaffi. Geht arbeiten. Whatever. Ähm, finde ich das Coolste überhaupt an diesem Job. Wow. Super Idee gewesen, mit dem Velo im Becken zu fahren. Ich weiss gar nicht, wie ihr das sehen könnt. Ich glaube es nicht. Ich bin flötsch. Nass. Ich bin flötsch. Ein bisschen Büroarbeit und schon ist der ganze Nachmittag durch, sie sind inzwischen schon vier. Ich habe gerade noch ein paar Telefone gemacht, das eine davon werde ich mich sehr freuen, das ist am Sonntag, wir haben ein kleines Video Projekt, ihr werdet sicher auch noch sehen, um was es sich genau handelt. Es wird mega, ich freue mich mega fest und wir sind ziemlich viele Leute, die dort noch mitwirken werden und ja, so ist es. Jetzt mache ich einfach noch etwas nichts gross. Ich habe mega, mega strenge Tage vor mir, also ja, die nächsten zwei Tage sind vollpackt mit Trainings und am Sonntag haben wir, wie gesagt, das Shooting, vorher haben wir noch das Schwimmtraining. Die einen wissen, ich mache noch an einem Short-Distance Triathlon mit, mit einer Gruppe. Ich habe eine Gruppe zusammengewürfelt und wir machen zusammen dort mit, es sind 14 Personen insgesamt. Und die Schwimmen können wir nicht so gut und darum treffen wir uns dort noch mit einer Schwimmlehrerin, dass wir ein bisschen lernen können, dass wir noch etwas besser werden. So ist es. Hallo. So. Das war es mit dem Bootcamp oder allgemein mit der Trainingshaut. Es war gut, es war kühl. Heiliger Scheiss, es war kühl, ja. Aber ich bin trotzdem mit den kurzen Hosen, weil ich mich nicht ohne kriege. So, jetzt gibt es etwas zu nahe. So, frisch duschen, jetzt könnt ihr noch mal in die Nacht sehen. Was für eine Sensation. Ich habe mir spezielle Mühe gegeben. Und zwar, kiss aus zwei Pfannen. Yeah. Es gibt einen Rest, das ist die Gemüsesuppe von gestern und das ist ein Risotto. Ich muss vielleicht noch schnell sagen, die Gemüsesuppe ist von keine Ahnung wann. Und sie ist sehr gut, ich habe sie gestern aufgetaucht. Und ich weiss nicht mehr, was drin war und es macht mich so fertig, weil sie ist so gut gewesen. Und ich würde sie eigentlich so gerne wieder nachmachen. Und der Risotto ist, ich habe es schon mal neu erwähnt, im Facebook sicher und Instagram, mit Hüttenkäse gemacht. Anstatt sonst irgendwelchen fettigen Käse. Unbedingt ausprobieren. Einfach Parmesan durch Hüttenkäse ersetzen. Super! So, jetzt esse ich bevor es kalt wird. Ich hasse kalt zu essen. So, das war es vom heutigen Vlog. Es gibt jetzt hier noch ein bisschen, es nennt sich Knabbermüsli, aber es hat überhaupt nichts mit Müsli zu tun. Es ist wie Gutzli. Noch ein bisschen von dem. Ich habe noch ein bisschen Apfelmus gehabt von meinem Weihnachtlichen, passend zum Wetter draussen. Und danke fürs Zuschauen. Es nimmt mich im Wunder, wie das Ganze rauskommt. Auch beim Schneiden dann. Vielleicht macht ihr es wieder einmal. Mal schauen. Spass hat es auf jeden Fall gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer bei euch ist. Und bis bald. Tschüss!